Herzlich Willkommen du Shakes & Fidget Fan da draußen. Ja schön, dass du zu einer neuen Runde Shakes & Fidget eingeschaltet hast. Ja, wir befinden uns hier um 0.14 Uhr jetzt gerade. Wir sacken hier mal ein bisschen was ein. Ihr seid wieder live dabei. Wow, was ist live? Ja, ihr guckt es euch mit an. Ein kurzer Dreh. Tut keine weh. Ah, schade direkt. Oh, wäre episch ein Einstieg gewesen. Direkt mal ein paar. Direkt mal ein paar, ja. Perfekt. Wir kriegen die erste Scherbe. Ja, aufgepasst. Spiegelscherben können sehr scharf sein, allerdings auch sehr nützlich. Gehe auf Expedition und sammle die Scherbenteile des magischen Spiegels ein, um das Spiegelbild wahrsten Sinne des Wortes ins Leben zu rufen. Sehr gut. Und schwuppdiwupp fangen wir hier an. Äh, wir kriegen die Dungeon noch. Die machen wir, wie gesagt, Level 50. Wir rocken es heute ein bisschen. Äh, ich habe die Pilze mir geholt, wie ich euch ja gesagt habe. Äh, genau. Ja. Hab ich mir gegönnt. Wie gesagt, ich gebe immer nur mal Pilze aus, wenn wir... Wenn es sich auch rechnet, wenn ich sage, okay, ist ein gutes Angebot. Oh, na, schade. Äh, Stufe 30. Glückwunsch, mein Lieber. Äh, ja. Wie gesagt, ihr könnt gerne in die Gilde kommen. Kommt jederzeit rein, wenn ihr das hier seht. Ihr seid herzlich willkommen, mit in die Gilde zu kommen. Na, heute, heute dreht er nicht so gut, ne? Heute, ne? Schade, bisher ersten 10 Drehs gar nichts gekriegt. Und jetzt vielleicht... Ne, ne, ne. Schade, Mensch. Ah, Mensch, ich muss hier mal, äh, noch schnell... Ja, mein... Mein Lied, ich hoffe, das macht hier nichts in der Aufnahme. Komm. Komm, 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 komm. Das... Es wird heute, glaube ich, nichts. Boah, das dreht heute nicht gut. Heute haben wir, glaube ich, nicht so Glück. Boah, immer davor bleibt es stehen, Mensch. Wie machst du das? Ne. Ja, wir haben doch noch drei wenigstens gekriegt. Drei Stück. Na, schade. Schade, 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 aber gut. Ey, wir sind noch unterwegs hier. Wir gehen mal hier erstmal hin, holen hier alles. Äh, ja, wir gehen in die Edelsteinsuche. Ja, wir haben... Nicht so viel, ja. Ja, das... Das ist... Ne, das bringt alles nichts. Weißt du eigentlich, wie viel Uhr es ist? Ja. Es ist Zeit. Direkt mit... Oh, nice. Komm, noch... Na? Ah, ich bin irgendwie immer voll der Fan davon, mal zu gucken. Weißt du eigentlich, wie viel Uhr es ist? Ja, ich bin hellwach und ihr nicht, ne? Solltet ihr euch mal überlegen, ne? An was es liegt. Gut. Hallo! Läuft, läuft, läuft. Wir haben die drei Pilze. Äh, gildentechnisch machen wir jetzt hier noch einen Kampf um 1.09. Ah, ich weiß nicht, bin ich so lange noch wach. Ich werde wahrscheinlich... Ähm... Ich werde es noch eintragen. Moment, ich werde auch noch schreiben. Äh... Äh... Morgen, Mittag... Äh... Starten... Bitte... Alle... Bitte alle... Äh... Bitte alle... Bitte alle... Äh... Mitmachen... So... Dann starten wir nämlich um 12, nehm ich ein Raid. Dann mache ich das auf jeden Fall morgen rein, um 12. noch noch 19 minuten aber gucken vielleicht während der aufnahme vielleicht können wir dann das auch noch ab ab klar bus stand ja wir haben jetzt hier das fertig wir können mal in den elevator noch schnell gehen könnte da noch mal gucken haben mich alles voll ja können gerade nichts machen nur weil wir zurück gestuft wurden 20 20 plätze zurück all der im elevator okay haben auch schon dringend bier in der taverne können wir machen mehr werden okay hütchenspieler könnten war das mal reindrücken immer mal zum hütchenspieler guten tag sagt gut aufgepackt wir hocken richtig gut schade das tut jetzt aber kommt leck mich jetzt an den hütchenspieler dreimal besiegt und wir kriegen die ersten xp 7000 mann da sind wir direkt in ja wohl dann schon eine neue dungeon geöffnet und das ist ja immer so zack geben 51 fast und direkt schon direkt schon fast in stufe war das ist halt so wir haben wir wir kriegen den wir kriegen den voll down wiki wir kriegen den ich bin guter dinge ich bin richtig guter dinge ja wir kriegen den dauert noch ein bisschen paar pilze kommt kommt ja mix uns ein paar pilze gegönnt wir kriegen denn da und wir kriegen den schade ich probiere es gleich weiter eine aufgabe wir machen hier mal weiter kurz direkt die ep und stufe 52 immer schauen dass die glasscherben hier irgendwo sind eigentlich müssen wir die wenigen nehmen damit wir hier mehr chancen haben auf die glasscherben ja ich glaube ich nehme so lange die glasscherben mal ein paar weniger die kleineren aufgaben hier einfach dass wir kommen weg mit ich würde es nicht mehr sehen das ist einfach übersehen ganz klar mt wenn es wenn es die kürzeste aufgabe nehmen wir oder dann halt die die effektiv mehr ep bringt von den kürzenden aufgaben direkt die dritte scherbe das läuft doch perfekt können wir hier nochmal ein bisschen trinken jawohl zack zack und direkt beides fertig gemacht nice abholen und abholen 2400 geil direkt mal in bisschen neben und hier richtig schön alles erstmal ins ding ins rein buddern ist du ja geil es läuft also gerade haben wir in richtigen richtigen push würde ich mal sagen ne was denn oh epik nehmen wir die fünf minuten bringt uns was für die intelligenz können wir hier mal probieren nochmal kommen kommen das wird der kampf der kämpfe los schade aber der jetzt kommt kommt du mir den gefallen los rock ist oh ja wenn ein paar scheiße das war leider gute start aber ein scheiß ende ja ok ich muss dir was zeigen da kriegen wir noch eine neue sand oder zu ja die sanduhr und mehr ep wir haben noch den ganzen tag ganz klar die 20.000 ep ja gut da würde ich halt schon gerne die 21 nehmen da bist du ja für mich effektiv dann immer am besten wenn wir hier da haben wir die chance auf mehr aufgaben dementsprechend haben wir dann die chance auf mehr geil er noch ein spiegel bild zu finden oder ein spiegel teil eigentlich bringt das ja dann mehr hier aber durch den verkauf der schuhe durch den verkauf der schuhe bringt uns das noch ein bisschen mehr zack und weiter auf die ep immer weiter wir kloppen immer weiter auf die ep für mich arbeiten zu dürfen ich muss sagen heute es ist es läuft richtig gut partner ja geil gut 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 wir nehmen das erst mal die zwei dreißiger bambam bambam sehr schön da fehlt uns jetzt nur noch ein paar ich glaube vier teile und meine stärke sind euch wohl bekannt hallo ja und wir haben immer noch so ist es so ist es halt echt am schönsten ah ja dann nehmen wir mal die zehn minuten aufgabe einfach mal um die scherbe zu so jetzt fehlen uns noch drei teile drei oder vier teilen immer gesagt immer schön auf die kleinen aufgaben ja wir haben noch genügend sand ohne menschen ich glaube es ist es wird nicht ganz lang ich glaube nicht dass es komplett lang also ich kann es mir nicht vorstellen also ich kann es mir wirklich nicht vorstellen dass das ist das ist lang es wäre zwar mega cool wenn wir es hinkriegen aber wie gesagt ob es ob es langt mal dahingestellt fünf minuten ewig durch das an ich hätte so gern es wäre halt so cool wir das schaffen aber ich glaube es bleibt wirklich um ein spiegelbild bleibt weil das wird uns halt auch noch mal so viel bringen ja aber nee dann ist es doch noch mehr teile ok kannst du mir helfen ist ein bisschen ärgerlich glaube ich es wird ganz knapp glaube ich nicht mehr zu machen sein stufe 54 sehr cool da bist du ja da durch fünf minuten dann immer das kriegen wir die zeituhr aber ich denke dann wenn wir es am morgigen tag wenn wir es hinkriegen gleich nehme ich dann wieder um nur auf wahrscheinlich schon habe ich irgendwie bock drauf jetzt kommen als letztes nämlich die 22.000 noch mit ja aber mega guck doch mal wir haben wir haben 1 2 3 4 4 teile fehlen uns vielleicht noch richtig richtig stark wäre natürlich geiler gewesen wenn wir wenn wir natürlich richtig geil gewesen wenn wir die dinge es geschafft hätten mal mit dem spiegel können wir dann immer in die taverne können wir taverne machen und parallel glaube ich wir können dann schon und sowas machen dann trotz dass wir in der stadtwache sind glaube ich so irgendwie war das gildentechnisch können wir nichts machen aber wir könnten hier noch ausbauen das mache ich auch einfach auf die 19 hoch einfach mal auf die 19 hoch genau perfekt haben wir 10 10 bringt uns auch mal was genau können wir in arena wissen kämpfen ach schade ok ich will noch ein bisschen dann schon mal nicht mehr noch ein epic ja es ist doch einfach geiler scheiß da ist es einfach aber die robe ist halt geiler wie die bin ich ehrlich bin ich ehrlich die robe finde ich hat viel geiler also die hier finde ich besser als wir haben halt mehr intelligenz na obwohl halt auch nicht mehr aber nee nee es bringt uns nichts vor allem ich will nicht schon wieder ein stein ausgeben sagt sagt und alles raus alles muss raus wenn noch sechs minuten was wir das haben nice wir haben wir haben auch jetzt die etage hier geschafft kriegen wir ihnen hin schade nicht so ihn auch nicht ja wie gesagt ich will ich will nicht immer direkt alles so raushauen ein bisschen nicht mehr überlassen ja wie gesagt hier haben die noch coole coole ja dinge da habe ich mir wie gesagt auch ein bisschen gegönnt das einfach schön vorangeht das wie gesagt es macht hat so bock ist es halt echt ein richtig cooles spiel cool vom vom stil her gemacht und allem ich finde es halt einfach echt cool wie auch schon seht hier wir haben jetzt die 685 punkte wir haben schon 31 auf glück das heißt also im endeffekt so viel musste da gar nicht drauf geben zack 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 wir können kommen wir gehen mal ein bisschen mehr wandern mal ein bisschen im hellwälder hoch einfach mal just for fun einfach mal dass ihr mal seht wir wandern ein paar stüffchen hoch so seht da haben wir uns ein paar punkte geholt wir sind schon rang 16 ey das macht ihr echt gut ich bin echt stolz auf euch wenn ihr das seht meine gilde ich bin super stolz auf euch ihr macht das echt richtig cool wie gesagt wir zählen hier gerade 2300 star wir brauchen jetzt mal hier in unsere slots mal wieder neue grüne diamanten haben keine grünen mehr unsere festung gönnt halt grad ziemlich wenig grüne diamanten es ist halt wirklich gerade irgendwie ein bisschen leid ich komme ich mache mal schade suche beginnen mal mal gegönnt mal ein bisschen wie gesagt sagt ein bisschen aufs glück noch drauf dass wir da glücklich werden naja vielleicht aber bringt uns das was so kriegen ja mal kritische treffer war der eine hit hat richtig weh getan okay der ist einfach zu stark für uns war nein es liegt noch die zehn mitnehmen ist halt jetzt auch es ist halt momentan event und du hast halt hier diesen special offer ja das ist es bringt halt einfach mega was deswegen bin ich da halt grad mega ein fan von einfach gibbie meister wir haben eine verteidigung jeder gute alte verdient und ich für sind eigentlich jetzt gerade so in einem level so ein stärke level sind wir beide grad muss auch mal gucken ob ich so einen rahmen habe wo waren das nur mit dem rahmen nase irgendwo hast du einen rahmen gekriegt muss mal gucken wo der rahmen war hafa bohr nase braun mund bad augen ich habe keine ahnung wo der rahmen war wir haben nur ein kleines probleme mit bauen ich glaube das lang nicht für die ritterhalle na so bitter wie es auch ist aber ich glaube für die ritterhalle langt uns leider nicht 19.000 ich glaube nicht warum wenn ich glaube ich volle steine nach 25.000 jahre schade 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 da muss ja wieder dinge zu gucken muss wieder ganz viele videos gucken dass das wieder ausgleich dass wir so 35 kommen so vielleicht auch auf 36 wir auch ganz nah ist 36 wieder haben so dass man die glücks punkte ein kleines glück kommt schick spiel a schade kommen noch einmal los ja schon habe nichts verloren was haben wir eigentlich für achievements noch zu machen ja das fkk muss hat unbedingt mal machen das hat auch so was ne ist fkk war da streue ich mich halt immer oh ja sieben tage in folge haben jetzt endlich fertig hier die expedition bei pilzen hier sieben tage aktiv in einer gilde mit müssen haben wir auch ja ok das herr der ringe war eigentlich auch mal ganz cool ist event na das kommt glaube ich kann auch wieder so nach dem helle welter kommen ist dann immer die frage wann sie die ganzen achievements machen okay wir haben dass das das perfekt ja ich warte jetzt noch auf diesen auf diesen punkt hier es freut mich einfach dass ich auch eine halbe stunde mal füllen konnte es ist halt auch schön so eine schöne halbe stunde wir brauchen unbedingt einen grünen wir brauchen unbedingt einen grünen diamanten ich habe auch bock drauf und grünen diamanten habe ich echt lust drauf man das 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 brauchen wir einfach ich will es einfach mensch ich will so ein fucking grünen diamanten haben den ich hier reinballern kann wenn eine fette waffe mit einfach noch einen fetteren diamanten drauf das das wünsche ich mir einfach und ich denke morgen in der folge dann also übermorgen also morgen dann für euch wird ja erst später dann veröffentlicht ich denke wir haben hier dann das kriegen wir gefüllt beim nächsten mal damit ist auch weg ja eine neue dann schon wie gesagt freigeschalten auch mega cool haben aber hier noch guckt mal damit auch noch etliches vor uns wir sind jetzt hier unten und müssen aber hier hoch scheiße kommt oh ja sehr schön ritterhalle ja das ist das was ich meinen scheiße richtig viel das schaffe ich heute nicht mehr die ritterhalle aber wir können auf jeden fall was bauen wir denn ich denke ich werde hier noch ausbauen sind dann noch in der ausbildung ich glaube ich erst mal noch ausgemütlich baue das aus und wenn das fertig ist baue ich hier glaube ich die kaserne aus dass wir noch ein paar mehr krieger kriegen aber so kriegen wir halt mehr magier noch dann werde ich glaube jetzt ist noch das schützen das werde ich vielleicht heute noch direkt dann machen weil ich bin noch ein bisschen wach ich werde nicht direkt schlafen gehen ich wahrscheinlich noch ein bisschen am handy oder so ist da noch daddeln 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 babm geil und stufe 55 sehr schön ich sag ja manchmal ist es so random kommt das jetzt unser kampf los ja ich sag doch unser kampf mann bam außer die frage naja ok müssen wir nicht lange überlegen 4400 bringt er uns sauber laden weckt mir die ja wir sind einfach schon hart kurz vor stufe 66 also das war jetzt die folge echten super push da haben wir uns echt richtig hoch klar wir haben 100 pilze auch gelassen muss man auch sagen ist immer ein bisschen doof wenn man mal so ein bisschen am pilz aber man willst ja dann auch wie gesagt es ist es ist event man kriegt gute preise man kriegt viele pilze für die guten preise die pilze die wir eigentlich gespart haben haben wir jetzt heute mal rausgehauen ist halt auch einfach mal so so dass intelligenz besser logisch wir haben mehr leben aber der hittet uns wahrscheinlich weg nö dann gehe ich bis der oder was denke ich immer ein bisschen runter ich suche mir mal so ein 40er oder hier dich die kralle ist halt wirklich immer das beste wenn die kralle kommt das ist halt wirklich immer das beste die kralle so ein bisschen auf glück ich will noch warten wegen hier wegen den diamanten gut ja mann wir sind wir glaube ich wieder wir führen es fast wieder an es sind noch 20.000 das ist halt echt nichts ich bin so gewollt hier kommen dass der kampf der kämpfe los schade 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 aber das jetzt der kampf der kämpfe los aber das jetzt kommt das jetzt kommt schade es es drückt halt so hart es ist halt du kannst dich halt so ultra push es ist halt echt so krass in diesem spiel so jetzt haben wir auf wir haben jetzt viel zu viel diamanten pilze ausgegeben diamanten sage ich immer viel zu viel pilze ausgegeben haben ja sparsam ist anders aber das hat uns jetzt aber wie gesagt ein haufen ein haufen punkte auch gebracht was mich freut wie gesagt wir sind jetzt ziemlich gut jetzt haben hier zwei sachen wieder wo wir die diamanten reinpacken können schuhe auch ich hätte gern schuhe wo ich diamanten einsetzen kann beziehungsweise in den schuhen wo dann ja wo wir dann was reinpacken könnten wir haben jetzt eigentlich nur noch den ring die ja gut wir haben schon hier drei sachen noch die wir eigentlich tauschen müssten in epics jetzt reicht es ab dann würde das dann willst passen dann event haben wir nichts mehr da brauchen auch nichts mehr so stark wir sind jetzt wie gesagt in der in der rangliste ein bisschen hoch gewandert ja sehr gut sehr gut sehr gut wir sind 56 da wir sind wieder der könig hier mit der krone ist wieder der 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 führende hier ne könig hier ist der führende ich werde auch demnächst dann wahrscheinlich ja wie gesagt ihn halt schon rausschmeißen den ball lasse ich noch weiter bringt uns 7 aber ihn werde ich halt echt rausschmeißen es tut mir leid sieht halt auch scheiße aus aber ja äh wisst ihr was da räume ich jetzt hier mal ein bisschen auf mindest level von 20 einladen 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 so sorry ich schmeiß dich mal raus das räume ich noch schnell auf das sind die ganzen leute jetzt mittlerweile sieht man hier die hier die dränke auch verlieren die haben dann hier eher können wir noch mal gucken also wie gesagt ihr könnt gerne in die gilde kommen wir sind glaube ich eine ziemlich coole runde und eine ziemlich coole truppe hier es wird immer viel geschrieben wenn ihr tipps ihr braucht doch keine angst haben oder sonst was ja wenn 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 hier zum beispiel wenn jetzt zum beispiel irgendwas ist oder so ne ihr könnt jederzeit fragen das ist immer kein problem kommen gugubo gugubo wenn du bock hast kommt zu uns wir werden jetzt ein bisschen international einfach mal die leute einladen vielleicht haben sie ja bock hallo das soll auch immer leider immer die leute die dann so ein bisschen auch aufhören naja was 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 ist denn geduld wird naja naja die stehen ein bisschen über uns wir sind 98 dann wir haben jetzt auch genau das kann ich mal zeigen hier post hier post hier post wo war es hier gehen damit die haben wir verteidigt na kampf zeigen hier guckt euch das an jetzt können wir uns noch zum abschluss schnell angucken dann sind wir wirklich fertig und vor allem es waren halt echt bedeutend viele also echt bedeutend mehr leute wie wir aber halt wie gesagt dass dadurch dass wir dann halt hier so gut aufgegangen sind und beziehungsweise auch so ein auch so einen guten zusammenhalt haben also wie gesagt es sind schon etliche hier die die dann hier schon auch alles geben und die immer dabei sind und die auch total aktiv sind was mega findet immer weil ich gesagt shakes und fidget ist halt eher so ein langes spiel der anfang ist immer ein bisschen zäh und das zähfriesen und bis zumal stufe 100 ist und acht hör auf aber wenn du dann dabei bist dann dann rockt es dann dann fetzt es ja auch richtig gut da und jan echt mega ne cooler typ ne grüße genaus wenn du das hieß ne richtig stark gute kampf gewesen hier super kampf wir sehen dann auch kämpfer des tages ist nicht tippen auf ohne jan kommen wir gehen mal hier ein bisschen weiter wir spielen mal hier komplett durch bis zum ende oder ja fadil kann natürlich auch kämpfer des tages werden ja das war also richtig knapp guck dich das mal an zack und dann wurde halt einfach wieder habe lebt na und das hat uns halt den arsch gerettet na ja doch hält des tages verdient ja alter ne ohne witz was du da gerockt hast noch richtig krass blu kommt glaube ich wieder rein hatte mir nur geschrieben gehabt dass er mal ein bisschen offscreen ist so glaube ich war das dass er irgendwie am wochenende keine zeit hatte glaube ich hat er gesagt gehabt irgendwie na schauen wir mal also wie gesagt hier der kollege und wahrscheinlich der boll fliegen halt wahrscheinlich dann aus aber das dauert noch ein bisschen wie gesagt wir lassen jetzt mal für 20er stufe 20 mal alle rein äh wir gehen auch mal runter in die ränge kommen wir gucken mal hier wo wo sind die leute die keine die keine gilde haben der wald kommen wenn du zu uns möchtest kommt zu uns bisschen abwerben muss auch mal sein eigenwerbung ja wir müssen aber auch aufpassen weil viele hier unten ja dann auch dementsprechend keine new order ist vielleicht bock zu uns zu kommen tut 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 gamer socke hey na obwohl ja du siehst es hat auch an den tränken ob die leute dann eher motiviert sind noch danach gehe ich immer ich gucke immer meistens hier und nach den tränken weil das ist immer wenn die tränke abgelaufen sind haben sie meistens kein bock mehr gehabt dann sind sie auf screen da daran sie ist es eigentlich meistens immer korra kann man mal einladen und die bock hast kommt zu uns bürotechnik und pyrotechnik wir werden mal beide abkommen bock habt kommt zu uns ja ne das ist ich frage ihn mal an ich bin aber nicht der meinung dass er zu uns kommt tafelrunde wir laden einfach mal die leute ein jim warriors hey wenn du bock hast kommt zu uns gnadenlos wenn du bock hast kommt zu uns todesotter ja auch er wieder wie gesagt daran siehst du es halt immer am besten was er wirklich die hier die mara wenn du bock hast kommt zu uns nein wie gesagt kein stress kinders das ist wirklich die die halt dann die halt sagen ja ich habe schon bock zu euch zu kommen aber wo ist halt immer so ja du siehst halt immer gerne den leuten dann an wie gesagt die tränke dass das macht halt aus daran siehst du wirklich sind aktive sind es nicht so aktive ja es ist wie gesagt immer so mal gucken mal gucken wer 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 so die anfragen hier annimmt wenn wir jetzt ein paar mal rausgehauen können auch glaube ich gar nichts mehr jetzt so ja mal ein paar mal ein paar eingeladen mal sehen wer so reinkommt ob jemand reinkommt weiß man ja nicht weiß man ja nie genau ich würde sagen wir ja wenden jetzt hier die folge wir haben jetzt ein haufen gemacht ich gehe ist meine schicht das war's ja wirklich ich war mir das jetzt noch ja kommen wir können nichts mehr so machen ich würde sagen wir sehen uns hier in der nächsten folge wahrscheinlich morgen wieder um 0 uhr ich würde sagen bis dann macht's guuuuut